Was bedeutet der Begriff ausserschulischer Lernort? Nach Helbergrode sind ausserschulische Lernorte authentische Erfahrungsräume ausserhalb des Schulgeländes, die Lernprozesse anregen, erweitern und ergänzen können. Kennzeichen sind gemäss Regen das Verlassen der Schule und das Aufsuchen von Lernorten und Lernstandorten und eine entdeckend forschende Absicht. Im Modell der didaktischen Rekonstruktion befindet sich der ausserschulische Lernort auf der Ebene der didaktischen Strukturierung. Wir unterscheiden dabei den Lernort vom Lernstandort. Lernorte sind alle Orte, die für die Lernzwecke vorübergehend aufgesucht werden, so wie Naturorte, bedeutungsvolle Bauwerke, Handwerksbetriebe oder öffentliche Einrichtungen. Der Besuch wird dabei von der Lehrperson selber vorbereitet und geleitet. Allenfalls unterstützt und begleitet Fachpersonen wie der Förster, die Wildhüterin, der Handwerker, die Bänkerin oder der Pöstler, die Klasse. Lernstandorte dagegen sind Orte, die durch gezielte pädagogische, didaktische und methodische Bemühungen für aktive Erkundungs- und Lernprozesse für ein bestimmtes Publikum und zu bestimmten Lernbereichen aufbereitet werden. Dazu gehören Informationstafeln, Waldlehrpfade, Planetenwege, Angebote der Museumspädagogik oder Zoopädagogik oder institutionalisierte Führungen durch Labors, Kraftwerke etc. Die lernpsychologische Begründung für den Wert ausserschulischer Lernorte liegt in Biagès' Entwicklungsstufenmodell. Kinder durchlaufen die sensomotorische Stufe von Geburt bis ca. anderthalbjährig, wo sie Handlungen verinnerlichen und die Objekterkennung und Permanenz lernen. Danach folgt die präoperationale Stufe bis etwa 6-jährig, wo ihr Denken egozentrisch ist, die Kinder also alles nur aus ihrer eigenen Perspektive betrachten. In der Primarschule erreichen die Kinder die konkret operationale Stufe, mit etwa 7- bis 12-jährig, in der sie zur Perspektivenübernahme fähig werden und die Intentionen anderer Personen erkennen. Auch beginnen die Handlungen zu planen, denken jedoch immer noch mit konkreten Beispielen. Ab der Pubertät mit ca. 12 Jahren gehen die Kinder in die formal operationale Stufe über und werden fähig, hypothetisch und deduktiv zu denken. Sie beginnen also, abstrakte Konzepte zu erfassen. Auf der konkret-operationalen Stufe sind die Kinder also in der Lage, konkrete Probleme zu lösen. Sie sind aber immer noch stark abhängig von ihrer eigenen Wahrnehmung, durch ihre Sinne und von konkreten Handlungen. Die Grundlage des Denkens ist im Primarschulalter also die Handlung. Dafür eignet sich der ausserschulische Lernort Ideal. Er bietet originale Begegnungen an Ort und Stelle. Er spricht alle Sinne an und ermöglicht ein mehrkanaliges, ganzheitliches Lernen. Er hinterlässt ein intensives Lernerlebnis und einen nachhaltigen Eindruck. Schüler und Schülerinnen können an ausserschulischen Lernorten die Umwelt handelnd wahrnehmen und sie lernen zudem, ihre Wahrnehmung in Bilder und Sprache auszudrücken. Ausserschulische Lernorte bieten dazu situiertes Lernen. Durch komplexe Grunderfahrungen, emotionale Betroffenheit, dem Erfassen von Zusammenhängen und der Bedeutung durch das direkte Kennenlernen des Ortes. Zudem werden die Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen gefördert, indem gefragt, erkundet, entdeckt, geforscht und die Umwelt erschlossen werden und die Schüler und Schülerinnen den Lernprozess selber steuern und den Komplexitätsgrad und Abstraktionsgrad bestimmen. Ausserdem wird die Sozialkompetenz und der Klassengeist durch den Kontakt mit Peers, mit Lehrpersonen und mit Fachpersonen verbessert. Die gesellschaftliche Bedeutung liegt in den Einblicken in neue, eventuell unbekannte Welten wie die Arbeitswelt und Berufswelt, in dem ein Perspektivwechsel und soziale Erfahrungen möglich werden. Die Natur bietet Zugang zu Wald, Wiese oder Bach und bietet Möglichkeiten, komplexe Naturvorgänge kennenzulernen, Lebensräume zu erfassen und motorische Herausforderungen zu bewältigen. Ausserschulische, mediale, sekundäre Erfahrungen werden zu Primärerfahrungen in der echten Welt erweitert. Der fachdidaktische Nutzen der ausserschulischen Lernorte umfasst einerseits das Thema, in dem exemplarisches Arbeiten möglich ist, die Interessen der Kinder erschlossen werden können und eine Orientierung, Übersicht und Vernetzung möglich wird. Durch Präkonzepte können konkrete Vorerfahrungen erschlossen und Vorkenntnisse erweitert werden. Und methodisch sind unterschiedliche Zugangsweisen, diverse Lernwege und die Förderung der Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen möglich. Schauen wir uns nun die Möglichkeiten von ausserschulischen Lernorten im Lehrplan 21 an. Ein Beispiel aus dem Kompetenzbereich 7, also der Geschichte, wäre zum Beispiel, dass die Schülerinnen als Kompetenz verstehen können, wie Geschichte aus der Vergangenheit rekonstruiert wird. Die einzelne Kompetenzstufe wäre dann, Schüler und Schülerinnen können aus Ruinen oder Bauten Vorstellungen entwickeln, wie diese in der Vergangenheit ausgesehen haben. Ein bekanntes Beispiel wäre ein Besuch in Augusta Raurica. Eine andere Kompetenz wäre, dass die Schüler und Schülerinnen Dauer und Wandel bei sich sowie in der eigenen Lebenswelt und Umgebung erschliessen können. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass die Schüler und Schülerinnen alte und moderne Dinge vergleichen können, wie zum Beispiel eine alte Dampflok im Vergleich zu einem modernen ICE-Zug. Ein Beispiel aus dem Kompetenzbereich 6 wäre, dass die Schüler und Schülerinnen die Produktion und den Weg von Gütern beschreiben können. Konkret wäre das zum Beispiel, dass die Schüler und Schülerinnen Produktion und Dienstleistungsbetriebe der nahen Umgebung erkunden und typische Abläufe und Produktionsverfahren dokumentieren könnten. Oder, dass Schülerinnen und Schüler die Produktionsabläufe von Milch, Kartoffeln, Getreide, Holz, Erz, Kulturpflanzen oder weiterem kennen. Oder, dass die Schüler und Schülerinnen Berufe, die mit Rohstoffen und Produkten in Verbindung stehen, kennen. Beispiele könnte ein Besuch in einer Schokoladefabrik sein oder in einer lokalen Sägerei. Ein Beispiel aus dem Kompetenzbereich 8 wäre die Kompetenz, dass Schüler und Schülerinnen sich in ihrer näheren und weiteren Umgebung orientieren, sicher bewegen und dabei Orientierungsmittel verwenden können. Auf der Unterstufe, im Zyklus 1, wäre das zum Beispiel, dass die Schüler und Schülerinnen sich nach Anleitung auf dem Kindergarten oder Schulareal bewegen können und in der näheren Umgebung sich orientieren können sowie begangene Wegverläufe beschreiben können. Im Folgenden schauen wir uns nun didaktische Überlegungen an. Was sind die Ziele des Besuchs eines Lernortes? Der Besuch eines Lernortes garantiert nämlich keineswegs ein erfolgreiches Lernen. Das Ziel des Unterrichts muss ganz klar definiert sein. Welche Inhalte soll man erschliessen? Was sollen die Schüler und Schülerinnen erfahren und erleben? Welche Methoden eignen sich, um diese Ziele zu erreichen? Und welche Vorbereitungen muss ich treffen, dass die Ziele erreicht werden? Ein wichtiger Punkt der didaktischen Überlegungen ist auch in der Planung, zu welchem Zeitpunkt eine Begegnung am ausserschulischen Lernort stattfinden soll. Soll er zu Beginn einer Unterrichtseinheit als Anfangsphase eingesetzt werden, als Einstiegserlebnis, als pädagogisches Ziel, dass die Kinder staunen, entdecken oder erleben können, eine erste Orientierung mit dem Thema haben, Motivation und Identifikation erleben können, oder dass ich die Kenntnisse und Bedürfnisse und Interessen der Kinder abrufen kann, kennenlernen kann und als Grundlage für weitere Planungen des Unterrichts verwenden kann. Ich kann den ausserschulischen Lernort, aber auch innerhalb der Unterrichtseinheit einplanen oder auch mehrmals während der Unterrichtseinheit, wenn also die Entwicklung des Gegenstandes im Zentrum steht. Oder ich kann ihn am Ende der Unterrichtseinheit einsetzen, als zusammenfassende Bestätigung und Wiederholung der Inhalte und als Gemeinschaftserlebnis, als Abschluss einer Lerneinheit. Wenn ich den ausserschulischen Lernort innerhalb der Unterrichtseinheit plane, dann muss ich folgende Punkte beachten. Ich brauche eine Vorbereitungsphase im Schulzimmer, eine Einstimmung und Vororientierung aufs Thema, den Aufbau von Erwartungen und den Erwerb von Vorkompetenzen. Ich muss die Präkonzepte der Schülerinnen und Schüler erfassen, Informationsmaterial sammeln, Handlungsziele entwickeln, eventuell muss ich Fertigkeiten üben, ich muss Fragen sammeln, Dokumentationsmaterial erstellen und organisatorische Vereinbarungen treffen. In der Ausführungsphase, abhängig von den jeweiligen Zielen, möchte ich Führungen durch Fachpersonen, Fragen der Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen und die Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeiten oder in Lernpartnerschaften im Rahmen von kooperativen Lernformen Antworten auf Fragen suchen lassen, Interviews mit Experten führen lassen, Ereignisnotizen und frei schreiben lassen, skizzieren und frei zeichnen lassen, Muster und Belegstücke sammeln lassen oder auch fotografieren lassen. In der Auswertungsphase sind Unterrichtsgespräche möglich, also Eindrücke auszutauschen, zu klären und in grössere Zusammenhänge einzubitten. Ich kann Sammelmappen, Sammelkisten erstellen lassen, mit Belegstücken beschriften lassen, sich an den gesammelten Materialien freuen lassen oder auch eine Ausstellung organisieren. Auch Texte können erarbeitet werden, überarbeitet werden, zusammengestellt werden, zu Prospekten, zu Aufsätzen oder Gedichten. Es kann auch eine Zeitung oder eine Wandzeitung erstellt werden, mit Erlebnissen und Erkenntnissen, die verschriftlich wurden und damit anderen zugänglich gemacht werden können. Ausserschulische Lernorte haben natürlich, wie alles andere auch, ihre Grenzen und Probleme. Einerseits kann die Komplexität einer Situation zur Überforderung der Schülerinnen und Schüler führen. Sie können also die Dichte nicht verarbeiten. Es sind zu viele Eindrücke oder auch Ablenkungen. Äussere Faktoren können natürlich unsere Planung auch durcheinander bringen. Wie das Wetter das nicht will oder Objekte oder Tiere, die gerade nicht zu beobachten sind oder auch die fehlende didaktische Kompetenz von Fachpersonen. Dann kann die Klassenzusammensetzung stören, also die Grösse kann nicht passen, vielleicht ist die Heterogenität zu gross, die Kooperation fehlt oder die Regeln werden nicht eingehalten. Weiter können die Vorbereitungen einfach problematisch sein, indem der Aufwand zu gross ist, die Fachkompetenz der Lehrperson auch fehlt oder auch organisatorische Faktoren, dass die Finanzen fehlen, die Transportmöglichkeiten zu lange dauern oder die Begleitpersonen nicht vorhanden sind. Bevor Sie nun Ihren eigenen ausserschulischen Lernort in Ihre didaktische Rekonstruktion einfügen, schauen Sie sich doch kurz das Beispiel der Ritterburg an. Dies ist ein ausserschulischer Lernort als Startpunkt. Lesen Sie folgende sechs Punkte, was dieser Standort alles an Möglichkeiten bietet. ... ... Vielen Dank.